Von mir, wenn auch dem letzten Programmpunkt der wunderbaren Tagung noch mal ein herzliches Willkommen an Sie alle. Ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass die TH Köln die Definition der Open Science Recommendation übernommen hat. Ich möchte Sie heute tatsächlich ein bisschen in diese Welt der UNESCO entführen, ein bisschen in diesen Kontext einbetten, in dem eben auch Open Access und Open Science stehen und ein bisschen berichten, wo wir so die großen Entwicklungen sehen und vielleicht noch das ein oder andere Problemchen auch auf dem Weg zu Open Science. Ich werde kurz einen Hintergrund noch mal geben zu UNESCO und deutscher UNESCO-Kommission, denn tatsächlich gibt es viele Menschen, die sagen, okay UNESCO, das sagt mir was, das hat mit Kultur zu tun, aber mit Wissenschaftspolitik eher am Rande möglicherweise. Ich möchte dann eben auch insbesondere auf die Open Science Empfehlung, den Umsetzungsstand und den aktuellen Stand der Umsetzung eingehen, werde dann diesen Themenbereich als Schwerpunkt auch unserer und meiner Arbeit vorstellen und sagen eben, was uns so umtreibt, wie wir da mit welchen Akteuren an welchen Themen arbeiten und gehe dabei auch auf den Startenbericht ein, der demnächst ansteht. Und dann möchte ich, wie eben auch schon gesagt, ein bisschen die Erfolge, einige gute Beispiele vorstellen, aber eben auch tatsächlich noch relativ offene Diskussionspunkte Ihnen mit auf den Weg geben oder eben in die Diskussion auch einbringen. Also die UNESCO, das ist ja die Educational Scientific and Cultural Organization, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde und klares Ziel auch dieser Gründung war die Überzeugung, dass eben oder eben noch der Eindruck, unter dem die Welt noch stand, nach diesem Krieg zu sagen, okay, also Krieg beginnt in den Köpfen der Menschen, also ist es auch in den Köpfen der Menschen, wo wir anfangen müssen, Frieden zu bauen. Und deshalb ist eben die UNESCO gegründet worden. Sie hat, das können Sie selber sehen, sehr viele Außenbüros und eigene Institute. Mit der Rückkehr der USA letztes Jahr sind es auch wieder 194 Mitgliedstaaten und es ist die UN-Sonderorganisation mit dem breitesten Aufgabenspektrum. Sie hat verschiedene Organe, die Generalkonferenz fällt eben die wesentlichen Entscheidungen, das Sekretariat setzt diese um und der Exekutivrat, das sind dann so Zwischentreffen, halbjährlich zwischen nicht allen Mitgliedstaaten, aber doch recht vielen, die erarbeiten dann eben die Vorlagen, die dann der Generalkonferenz vorgelegt werden. Und es war insbesondere auf dieser Ebene des Exekutivrats, wo auch die Open Science Empfehlung entwickelt wurde, jeder Satz erkämpft wurde und ausgehandelt wurde. Sie ist auch die einzige UN-Organisation mit eigenen nationalen Kommissionen, also nicht nur Büros, sondern tatsächlich auch Gremien. Damit komme ich zu meinem Arbeitgeber, der deutschen UNESCO-Kommission. Diese ist 1951 gegründet worden, anfangs in Bonn, aber jetzt auch mit dem Standort in Berlin. Und wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen Staat, Zivilgesellschaft und UNESCO-Paris. Das bedeutet für den Wissenschaftsbereich beispielsweise, dass wir in sehr engem Austausch mit dem BMBF sind, mit dem Auswärtigen Amt. Wir bereiten auch deutsche Beiträge zu Wissenschaftspolitik beispielsweise, die dann in die UNESCO eingebracht werden, in enger Abstimmung mit den Ressorts natürlich vor. Aber wir sind auch Sekretariat der Kommission und haben also aus diesem Gremium heraus auch viele eigene Initiativen, die wir dann wiederum in Abstimmung mit den Ministerien oder eigenständig oder dann eben, wenn wir es auf die UNESCO-Ebene bringen möchten, in Abstimmung dann mit den Ressorts auch tun. Unsere Kommission hat 114 Mitglieder, davon sind 100 frei gewählte Mitglieder und 14 vertreten den Bund und die Länder. Das ist uns auch wichtig, weil wir eben eingebettet sind in diesen UNESCO, in diesen zwischenstaatlichen Kontext und dadurch natürlich ein gewisser Rahmen auch der Tätigkeit da ist. Inhaltlich erarbeiten insbesondere die Fachausschüsse neue Initiativen und Impulse. In meinem Fall betreue ich den Fachausschuss Wissenschaft und es gibt aber noch zu Bildung, Kultur und auch Kommunikation und Information noch Fachausschüsse, die dann meine Kollegen betreuen. Auf Ebene der UNESCO, die Empfehlung ist jetzt schon bald, im November wird sie drei Jahre alt, ist aber tatsächlich mehrere Jahre im Vorfeld vorbereitet worden. Das heißt, ich werde dann kurz zu dem Hintergrund und dem Auftrag auch dieser Empfehlung eingehen, den Umsetzungsprozess darlegen und eben, wie gesagt, noch mal zum aktuellen Stand der Umsetzung in den Ländern ein bisschen was sagen können. Also der Hintergrund war, dass sich sehr viele Staaten einig waren, dass Open Science erforderlich ist angesichts der globalen, gesellschaftlichen, aber auch ökonomischen, ökologischen Herausforderungen, denen sich die Welt gegenüber sieht. Das heißt, eine Wissenschaft, die interdisziplinär arbeitet, die mit der Gesellschaft zusammenarbeitet, die an Lösungen arbeitet, die von Relevanz sind und da hat es eben 2019 den Auftrag gegeben, an das Sekretariat einen Empfehlungs-Ausarbeitungsprozess zu beginnen. Dieser war tatsächlich multilateral, es sind internationale Fachverbände der Wissenschaft einbezogen worden, alle Staaten konnten sich beteiligen, sind eingeladen worden, sich zu beteiligen. Es war ein sehr inklusiver Prozess, der dann in der Verabschiedung November 2021 gemündet ist. Sie können die Recommendation wie alle UNESCO-Dokumente auch auf der Seite einsehen. Und wenn man jetzt nochmal sagt, okay, wir haben jetzt eine UNESCO-Empfehlung, was bedeutet das eigentlich? Das ist tatsächlich ein Völkerrechtsinstrument und das ist in einer gewissen Weise auch bindend. Es gibt verschiedene Arten von Völkerrechtsinstrumenten, die Resolutionen, die beispielsweise der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen rausbringt, sind ja oft in den Medien, aber selbst Empfehlungen haben eine Bindungskraft, weil sich die Staaten dort verpflichten, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Und über diese ergriffenen Maßnahmen verpflichten sich die Staaten dann auch, Bericht zu erstatten. Wenn wir uns jetzt die Empfehlung genauer anschauen, dann gibt es da eben sechs Leitprinzipien der Empfehlung. Das war ganz wichtig bei der Erarbeitung, dass man sagt, das sind Prinzipien, auf deren Boden wir diese Empfehlung aussprechen wollen oder formulieren wollen, denn es ist ja so, wenn man das auf internationaler Ebene macht, dann gibt es von vielen Seiten verschiedene Ziele, verschiedene Interessen und um dem eben realistisch beizukommen, hat man gesagt, das sind aber die Leitprinzipien, von denen wir uns nicht wegbewegen werden. Insbesondere die Zusammenarbeit ist natürlich für uns als DUK auch immer eine wichtige Aufforderung, auch zu sagen, wir arbeiten auch über Grenzen hinweg mit anderen Nationalkommissionen oder auch mit anderen Wissenschaftsorganisationen aus der globalen Perspektive. Und die Flexibilität möchte ich auch noch hervorheben, die eben sagt, also wir verpflichten nicht, jedes Land dieselbe Maßnahme zu ergreifen, weil wir wissen, dass das nicht geht. Also es gibt unterschiedliche Wissenschaftssysteme, es gibt auch unterschiedliche Verständnisse von Wissen und Wissenschaft und da muss eben jedes Land für sich sehen, welche Maßnahmen machen für uns Sinn und bringen schon eine Öffnung der Wissenschaft mit sich und welche nicht. Ich weiß nicht, ob man das hinten so gut sehen kann, das sind die Inhalte der US-Empfehlung und da ist natürlich Open Access, Open Data, Open Source drin, aber eben auch sowas wie Citizen Science, Crowdfunding, Open Innovation, also wirklich diese Öffnung hin auch zur gesellschaftlichen Sphäre war hier sehr auch im Fokus. Was den Umsetzungsprozess angeht, bin ich eigentlich sehr zufrieden damit zu sehen, dass diese Recommendation tatsächlich von einem Umsetzungsprozess direkt im Anschluss begleitet wurde. Das hat damit zu tun, dass die Staaten diese Empfehlung wirklich auch mit sehr viel Motivation verabschiedet haben und gesagt haben, es kann jetzt hier nicht aufhören. So hat dann das Sekretariat, was nicht bei jeder Empfehlung der Fall ist, tatsächlich eine Implementationsstrategie aufgebaut mit einer Governance, so wirklich verschiedenen Maßnahmen. Das ist die eine Seite, was eben das Sekretariat vorbereitet und das andere ist das Reporting der Mitgliedstaaten. Und momentan ist es so, drei Jahre nach der Verabschiedung, dass das Sekretariat eigentlich fortlaufend über die Maßnahmen berichtet, beispielsweise auf den Sitzungen des Exekutivrats, aber eben auch auf der Homepage für die Öffentlichkeit. Und da gibt es beispielsweise ein Open Science Toolkit, auch als Anregung, als gute Beispiele, einfach so als Sammlung von möglichen Tools, die in diesem Bereich relevant sind. Dann, stärker sozusagen reguliert, gibt es die Mehrebenenberichterstattung und die wird immer dann eingesetzt, wenn kein besonderes Verfahren verabschiedet worden ist. Und dann wird eben das Sekretariat gebeten, was zu erarbeiten, wie kann man das erheben, was jetzt passiert ist. Und da sitzen ja auch sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen und die entwickeln dann eben anhand der verschiedenen Dimensionen und Bereichen einen Katalog, der wird diskutiert. Auf der Exekutivratssitzung ist jetzt im Frühjahr beschlossen worden und jetzt liegt der Ball sozusagen bei den Mitgliedstaaten, diesen Fragebogen, der dann entstanden ist, zu füllen. Und der erste Staatenbericht zur Umsetzung wird für den Anfang 2025 erwartet. Auch dieser Fragebogen ist einsehbar und kann also auch, falls Sie da Interesse haben, nochmal genauer skrutiniert werden. Was haben wir in der Deutschen UNESCO-Kommission gemacht? Also es ist natürlich so, dass wir, es war eben auch ein bisschen angekommen, verschiedene Bereiche von, aus unserer Sicht, guter, menschenrechtswürdiger Wissenschaft unterstützen wollen. Dazu gehören Themen wie Wissenschaftsfreiheit, Research Integrity und anderen Dingen. Aber Open Science war tatsächlich über die letzten Jahre ein Schwerpunkt auch unserer Arbeit. Wir haben die Empfehlung vorbereitet. Ich kann dazu hier auch mal kurz gleich was zeigen und sind dann bei der Umsetzung natürlich immer auch in Diskussionen und im Austausch mit den Fachgesellschaften oder mit der Wissenschaft gewesen. Bei der Vorbereitung der Open Science Empfehlung wird relativ gut deutlich, dass wir tatsächlich diese Mittlerrolle haben zwischen der Zivilgesellschaft hier eben in Form von Wissenschaftstreibenden und der UNESCO. Wir haben hier einen Reader beispielsweise entwickelt, zusammen mit unserem Fachausschuss und unserem Präsidium. Einfach nochmal, um zu sagen, was ist Open Science? Was berührt dieses Motto eigentlich? Also welche Bereiche gibt es? Und dazu gehört eben auch Transformative Science, dazu gehört auch mehr Öffnung hin zum globalen Süden aus unserer Perspektive und was da eben für Schwierigkeiten mit verbunden sind. Und haben das genutzt, um tatsächlich auch in den Fachgesellschaften für die Mitwirkung an diesem Entwicklungsprozess zu arbeiten. und haben dazu dann auch mehrere Workshops veranstaltet mit den Fachgesellschaften, mit Vertretern von eben den wissenschaftlichen Einrichtungen, Organisationen, um eben zu schauen, okay, was sind die Themen, die Thesen, die wir aus eurer Sicht da wirklich einbringen müssten. Und haben dann diesen fachlichen Input in die Debatte dann auch eingebracht, natürlich immer unter dem Mantel und in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Bei der Umsetzung der Ziel der Open Science Empfehlung sind wir eigentlich immer im Austausch mit Schlüsselakteuren der deutschen Wissenschaftslandschaft. Zum einen eben in unserem Fachausschuss, da sind verschiedene Organisationen, aber auch Vertreter von Universitäten, Forschungsinstituten vertreten, die DFG ist vertreten, die Leopoldina ist da, das BMBF ist aber auch dabei und die KMK, das GIZ. Also es sind verschiedene Stakeholder, die eben für diesen Bereich auch Entscheidungen treffen können und diesen Bereich gestalten und haben dann aber nochmal auch Workshops und Fachgespräche gemacht, zum Beispiel zu Fostering Open Science in Afrika vor anderthalb Jahren und auch mit deutschen Fachgesellschaften, um nochmal zu sehen, okay, was ist denn aus den einzelnen Disziplinen, wo läuft es gut, was ist schwierig, um eben unsere Arbeit auch zu informieren. Jetzt sind wir aktuell dabei, diesen Startenbericht vorzubereiten. Wir sammeln also so ein bisschen, wir sichten das Feld und sammeln da die Informationen, die Erfolge, die Entwicklungen, um die eben dann berichten zu können. Also hier auch gerne die Einladung an Sie, wenn Sie sagen, es gibt da bestimmte neue Initiativen, die jetzt tatsächlich in den letzten Jahren gekommen sind, die da auch berücksichtigt werden sollten, können wir dazu sehr gerne in Austausch treten. Und dann ist es auch so, dass dieses Thema Open Science dadurch, dass es auch so breit ist und viele Bereiche geht in den anderen Projekten, die wir machen, natürlich auch immer eine Rolle spielt. Wie beispielsweise zu dem Thema der gleichberechtigten Wissenschaftskooperation weltweit, womit wir uns auch in den letzten ein, anderthalb Jahren sehr intensiv befasst haben. Genau, hier kann ich nochmal, wenn Interesse besteht, auf den Startenbericht nochmal ein wenig eingehen. Also wir als UNESCO-Kommission bereiten diese Berichterstattung vor und es gibt verschiedene Bereiche. Und auch hier, wenn Sie sich das jetzt durchsehen, dann sagen Sie vielleicht, naja, also ich meine, so ein Common Understanding ist doch jetzt eigentlich in der Welt und Capacity Building für OS, ja, da könnte man vielleicht im Bereich Studium noch ein bisschen was machen. Aber es geht ja auch hier darum, tatsächlich so eine weltweite Erhebung zu machen. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, die sind bei uns vielleicht schon relativ gut vorangekommen und wir sehen die ganzen Teufelchen, die im Detail stecken. Aber in anderen Bereichen gibt es vielleicht noch keine Kultur der Open Science. Und ich habe auch hier oft noch den Eindruck, dass sowas wie Research Assessment sich gerade auf den Weg macht, Open Access Publikationen beispielsweise stärker zu berücksichtigen, Karriereentwicklung oder auch eine Frage, gibt es Preise dafür, wenn jemand besonders gutes Open Access macht? Das ist von Land zu Land verschieden. Was auch sehr interessant ist, finde ich, ist dieser Punkt 6, Open Science, at different stages of the scientific process. Und das bedeutet eben, wie kommen eigentlich wissenschaftliche Agenden zustande beispielsweise? Also wie entscheiden wir, was wir beforschen wollen und wie offen sind wir? Welche Interessen berücksichtigen wir? Wie geht das auch mit Freiheit von Wissenschaft? zusammen? Und das ist beispielsweise auch ein Punkt, der bei Wissenschaftskooperation manchmal eine Rolle spielt. Also wer entscheidet, mit wem kooperiert wird und zu welchen Themen, mit welcher Methode, wo publiziert wird, was dann auch am Ende mit den Daten passiert und mit den Personen, die da an diesem Prozess teilgenommen haben. zu dem, was ich noch berichten möchte, zu einigen Erfolgen, aber eben auch Herausforderungen, gehört es zum einen eben auch dieses Positionspapier, das ich eben mal angesprochen habe, noch mal Ihnen vorzustellen, wenn ich darf. Dabei hat sich der Fachausschuss dieses Thema selbst gesetzt. Es war allerdings auch bereits in dieser Open Science Diskussion immer ein Thema. Also zu sagen, wir sollen uns öffnen, wir sollen globale Wissenschaft betreiben, wir sollen auch den sogenannten globalen Süden an Erkenntnissen teilhaben lassen, aber was heißt das eigentlich? Also was bedeutet es, wenn Forschende aus diesem Land beispielsweise mit anderen Forschenden aus Westafrika eine Kooperation eingehen? Wer definiert die Standards? Wer definiert die Inhalte? Wer beschließt, was am Ende mit den Ergebnissen passiert? Aber eben auch durchaus andere Motivationen, nämlich, dass wir eben wieder sehen, es gibt globale Krisen, es gibt Krisen, die wirken sich aus den verschiedenen Ländern und es gibt tatsächlich auch Länder, in denen noch nicht so deutlich ist, dass dazu Forschung betrieben werden könnte, müsste oder eben die Mittel dazu nicht da sind. Insbesondere eben in Low- und Middle-Income-Countries sieht man, dass einfach die Forschungsbudgets natürlich angesichts der öffentlich verfügbaren Mittel eher gering sind, sodass internationale Forschungskoroperationen grundsätzlich begrüßt werden können, aber da eben auch man aufpassen muss, dass nicht neue Asymmetrien reinkommen, weil Open Science ist ja auch dazu da, bestehende Asymmetrien abzubauen. Das ist relativ frisch erschienen, Ende August haben wir es gelauncht mit einer Veranstaltung, das ist auch auf unserer Homepage verfügbar. Die zentralen Forderungen dazu möchte ich Ihnen aber trotzdem nochmal mitgeben, weil ich glaube, dass die relevant sind und diese sind zum einen eine Offenheit für eine strukturelle Pluralität, also dass man sich auch öffnet dafür, dass plurale Akteure, also tatsächlich auch andere, nicht nur internationale Wissenschaftler, sondern eben auch die Zivilgesellschaft vor Ort bei internationalen Wissenschaftskooperationen an Entscheidungen auch beteiligt werden können. Die andere Forderung zielt mehr in Richtung der Ministerien und der Regierung, den Wissenschaftsförderern, dass nämlich die Interessen von Partnerländern bei Förderlinien auch berücksichtigt, stärker berücksichtigt wird. Und der dritte Punkt betrifft den Publikationsprozess und die Wissenschaftskommunikation und da eben ist die Empfehlung des Papers, dass wir beim Publikationsprozess natürlich versuchen, Open Access zu publizieren, aber eben diese Entscheidung, wie machen wir das, gibt es die Möglichkeit, Preprints, vielleicht ist auch nicht jeder der Teilnehmenden daran interessiert, das Journal mit dem höchsten Impact-Faktor zu wählen, sondern ist eher daran interessiert, dass es in die breite Öffentlichkeit getragen wird, auf einer anderen Publikationsform, dass dafür auch Raum gelassen wird und auch beispielsweise für die Publikation in nichtwissenschaftlichen Organen. Das sind alles wichtige Fragen, die man nicht am Ende des Prozesses irgendwie versuchen sollte zu klären, sondern idealerweise schon früh und eben so und damit einhergehend ist eben auch die Frage, wie werden beispielsweise Projektberichte, die eingeflossen, die einfließen in bestimmte Studien, werden die honoriert oder nicht, werden diese Personen, die die vor Ort erstellt haben, genannt oder nicht. Also das Ziel ist da eben auch zu schauen, wie kann man neben der Hauptpublikation, die natürlich idealerweise Open Access publiziert wird, wenn es nur im Gold Open Access geht, dann diese Gebühren vielleicht auch schon einzupreisen, aber eben darüber hinaus noch weitere Publikationen vielleicht auch zu ermöglichen. Dann möchte ich Ihnen jetzt einige aus meiner Sicht schöne Beispiele aus dem internationalen Kontext vorstellen, die ich im Rahmen unserer Arbeit in verschiedenen Workshops im Austausch kennenlernen durfte und da ist das ein Bereich, da bin ich jetzt natürlich genau bei den Experten, Sie kennen die vielleicht auch schon aus Lateinamerika, da gibt es verschiedene elektronische Bibliotheken und Repositorien, da ist also die Zahl von elektronischen Publikationen, die Free und Open Access bereitgestellt werden, in den letzten 20, 25 Jahren wirklich sehr stark gewachsen und es haben sich auch die Forschungsinstitutionen und die Wissenschaftskooperation zu zentralen Akteuren für Open Access in der Welt entwickelt. Die wissenschaftliche elektronische Bibliothek Cielo oder die Netzwerke von wissenschaftlichen Open Access Repositorien La Referencia, Amelika und Klaxo fassen dann die elektronischen Publikationen unter einheitlichen Oberflächen zusammen, erhöhen so dann damit natürlich ihre Sichtbarkeit und parallel dazu gibt es noch Zeitschriftenindizes, die dann anhand bestimmter Kriterien die Qualität von elektronischen Zeitschriften bewerten, was ja häufig auch ein Problem ist, also die Qualitätsbewertung ist nicht für jeden direkt offensichtlich und beraten dann eben auch die Herausgeber dabei, die vielleicht auch weiterzuentwickeln. Die teilt sich so ein bisschen auf, einige sind eher mit Zeitschriften, andere mit Büchern und andere eben auch fachlich, also Klaxo ist beispielsweise für die Sozialwissenschaften ein Repositorium. Und da gibt es eben verschiedene Länder, die schon sehr früh auch die Gesetze verabschiedet haben, ob das jetzt ein Gesetze zu Open Science war, wie in Peru schon 2013, oder eben Gesetze, die Transparenz und Zugang zu Wissenschaft festgeschrieben haben und darüber das dann gemacht haben. Also da gibt es wirklich einige Beispiele, die auch Zuversicht machen und vielleicht auch in dem einen oder anderen Punkt auch man als Referenz gut nutzen kann. Und ein zweiter Bereich, der uns auch sehr am Herzen liegt, ist die Entwicklung von Wissenschaft und Open Science in Afrika. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, wir hatten auch einen Workshop dazu gemacht und das war wirklich sehr interessant mit den Kollegen vor Ort. Also es war natürlich alles virtuell noch Ende 2022, dadurch aber auch eben sehr zugänglich für viele. Und da gibt es ein Projekt, was ich hier vorstellen möchte, das heißt Afrik Archive. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das schon kennen und das ist halt so interessant, weil es gibt in Afrika natürlich momentan auch die letzten zehn, 20 Jahre politisch viele Bestrebungen, da Open Access zu fördern. Also es gibt die African Open Science Platform, es gibt die EU-AU-Strategie, es gab die Afrika-Strategie vom BMBF. Aber was daran wirklich schön ist, ist, dass es ein Community-geführtes, digitales Archiv ist für Forschung. Es ist wirklich sehr leicht, dort die Working Papers bereitzustellen. Die Personen, die da, die Akteure, die das führen, die bieten auch Capacity Building, Seminare und Workshops an, eben einfach vielleicht auch zur Frage, so was ist eine gute Publikation, worauf muss ich achten und man kann dort verschiedene Produkte anbieten, ablegen, was eben auch dazu führt, dass bereits publizierte Sachen, zum Beispiel von eher Senior Researchers, trotzdem dann nochmal nach einer gewissen Zeit dort abgelegt werden können. Es ist natürlich insbesondere interessant für vielleicht noch junge Forschende, aber eben nicht nur. Und das Ziel ist dabei, die Sichtbarkeit von afrikanischer Wissenschaft zu erhöhen, den Austausch innerhalb des Kontinents zu stärken, aber eben auch mit Akteuren oder potenziellen Partnern außerhalb und was sehr schön ist, auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit, um eben problemorientiert vielleicht über bestimmte Sachgebiete zu forschen und auch noch ein Punkt, auf den ich aus UNESCO-Perspektive speziell noch hinweisen möchte, es ist eben auch möglich in indigener Sprache zu veröffentlichen. Das ist ein Thema, was bei der UNESCO auch sehr wichtig ist, dass man eben sagt, es ist natürlich so Open Access, wenn das weltweit bereitgestellt wird, dann gibt es manchmal allein schon sprachlich Hindernisse. Als wir beispielsweise diesen Workshop gemacht hatten, gab es eine Simultanübersetzung ins Englische und ins Französische und aus dem Englischen und aus dem Französischen, aber schon das war für viele ein Thema, weil das eben zwei Sprachen sind, das deckt nicht den ganzen Kontinent ab und es sind beides eben auch noch, also selbst Portugiesisch beispielsweise, was auch noch in einigen Ländern gesprochen wird, sind ja nicht indigene Sprachen und diese aber eben auch wertzuschätzen, zu ermöglichen, in diesen Sprachen auch Wissenschaft zu betreiben, auch das Wissen, was vielleicht lokal in der Gesellschaft vorhanden ist, zu erheben in dieser Sprache und festzulegen, das sind Themen, mit denen man da eben auch in Berührung kommt und deswegen freut es mich, dass es eben in diesem Archiv grundsätzlich möglich ist. So, ich habe jetzt mir erlaubt, den zweiten Teil ihres Mottos der Tagung zwischen Souveränität und Abhängigkeit nochmal aus unserer Perspektive zu beleuchten und es ist so, es ist so, wie eben ja auch ausgeführt, also es ist wichtig für die weltweiten Probleme, dass wir uns miteinander austauschen, dass wir unsere Ergebnisse teilen, dass wir diskutieren, welche Daten, wie die Daten aussehen, wie die Methoden aussehen, ob das überhaupt die Forschung ist, die interessant ist oder nicht für die Gesellschaft. Es ist so, dass natürlich der sogenannte globale Süden insbesondere, aber im Grunde die ganze Welt einen Bedarf hat, dass wissenschaftliche Ergebnisse auch zur Kenntnis nehmen zu können. Das ist, Zugang zu Wissenschaft ist ein Menschenrecht. Es ist natürlich immer auch so auf die Weise zu gestalten, dass es eben appropriate ist. Allerdings haben wir auch gemerkt, dass es im globalen Süden durchaus auch Skepsis gibt, also dass der Versuch der Förderung von Open Science im globalen Süden auch auf Misstrauen treffen kann, weil es eben dort so ist, dass man jahrzehntelang die Erfahrung gemacht hat, an den ideellen, aber auch materiellen Ergebnissen dieser Forschung nicht angemessen beteiligt worden zu sein. und dazu gibt es eben in den verschiedenen Fachbereichen auch wiederum zwischenstaatliche Vereinbarungen, wie man eben an diesen Zugang und an den Benefits von bestimmter Forschung auch teilnehmen kann. Als Beispiel gibt es das sogenannte Nagoya-Protokoll über den Zugang zu genetischen Ressourcen und da war in den letzten Jahren eben insbesondere auch aus einigen lateinamerikanischen Ländern eher der Ansatz da eher restriktiv zu sein und diesen Zugang zu diesen Ressourcen nicht oder eben nur unter Bedingungen zuzulassen, die eine Beteiligung an den Ergebnissen berücksichtigt oder ermöglicht. Und dazu gibt es eben dieses Übereinkommen und das ist die letzten Jahre auch erneuert worden. Also es steht dann oft der Verdacht im Raum, dass auch diese Open Science Strategie, diese Öffnung am Ende irgendwie einseitig sein wird und eine Seite davon mehr profitiert als die andere. Weil sich der Süden eben öffnet, der Norden aber dann doch nicht. Auch hier möchte ich verweisen auf dieses Positionspapier, was eben genau dieses Argument aufgenommen hat und versucht, diese internationalen Wissenschaftskooperation gleichberechtigt zu gestalten und dafür auch viele Impulse gibt, nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Förderer. Ein anderer Punkt ist, dass diese Befürchtung bezüglich der Wahrscheinlichkeit nur einseitiger Öffnung nicht was ist, was jetzt nur den Süden betrifft. Das beobachten wir auch in Europa mit Blick auf andere Weltregionen, die eher so östlich von uns liegen, sage ich jetzt mal. Und es gibt die Debatte auch bei uns im Fachausschuss, wie wir beispielsweise mit dem Verdacht umgehen, dass zwar die europäische Wissenschaft sich öffnet und die Erkenntnisse zugänglich macht, aber die Wissenschaftler in China beispielsweise das nicht tun. Und es gibt so eine Asymmetrie, die ist nachweisbar und wie geht man damit um? Und da muss ich leider gestehen, dass wir da eben das Problem identifizieren haben. Wir sind auch bei uns im Fachausschuss seit einigen Sitzungen dabei, dass tatsächlich irgendwie das wird immer stärker diskutiert und ich hoffe, dass wir auch dazu in der nächsten Zeit mal die ein oder andere Idee entwickeln können, die eben nicht naiv ist, aber trotzdem einen Unterschied machen kann, ein paar Lösungsvorschläge, aber es ist tatsächlich so, also ein Begriff ist ja Reziprozität, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal begegnet ist, dass man einfach sagt, wir müssen irgendwie gewährleisten, dass da eine Gegenseitigkeit ist in der Öffnung. Nur wie die dann instrumentalisiert werden kann, also operationalisiert werden kann, das sind eben Dinge, zu denen wir auch hoffen, demnächst einige Impulse und Empfehlungen geben zu können. Da bin ich auch sehr gespannt, ob Sie dazu vielleicht die eine oder andere Idee oder auch schon Erfahrung haben. Ja, dann muss ich sagen, bin ich schon bei meinem Fazit angekommen. Also wie wir beobachten, ist die Öffnung der Wissenschaft tatsächlich nichts mehr, was groß diskutiert werden muss, es schreitet weiter voran und global, aber auch in Deutschland. Ich habe jetzt hier ein paar Beispiele dazu genannt. Wir sehen aber auch, dass je weiter wir uns öffnen, umso klarer treten eben auch diese Herausforderungen zutage und müssen diskutiert und mit Lösungsvorschlägen versucht werden zu lösen. Allerdings ist es das, was wir als UNESCO und UNESCO-Kommission wirklich sagen können, also die Open Science Empfehlung war ein Meilenstein und legitimiert auch alle Bestrebungen Open Access, Open Data etc. weiterzuführen. Also das ist nicht einfach irgendwie eine Übereinkunft von gleichwohl gesonnenen Fach oder auch öffentlichen Personen und Akteuren, sondern es ist tatsächlich ein Völkerrechtstext, auf den man sich berufen kann. Deutschland hat sich dazu verpflichtet, das umzusetzen. Es legitimiert also die Bestrebungen auch innerhalb von Institutionen, und zeigt aber auch Wege auf, wie es gelingen kann. Und deswegen meine Bitte an Sie, beteiligen Sie sich weiter in der täglichen Arbeit, im Austausch mit den Fachkollegen, mit der Community, daran, die Open Science Ziele umzusetzen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus